Hallo und herzlich Willkommen. Ich habe Silber wieder vorbereitet für das Kissen und ich möchte heute Grüntöne und Magenta benutzen. Ich nehme diese fünf Grüntöne in der oberen Reihe, die beiden hier unten nicht, und diese zwei Magentatöne. Alle Farben sind selbst gemischt und dazu werde ich noch Gold benutzen und als Zellaktivator Kleber mit Paints Grey und ja, mal sehen. Okay. Amen. 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 Amen.